Wir kommen zu unserer dritten und letzten Regel, nämlich dem sogenannten Ohmschen Gesetz. Das Ohmsche Gesetz ist letztlich dafür da, um Spannungen und Ströme erstmal in Verbindung zu bringen. Bisher hatten wir die Knotenregel, die war ausschließlich für Ströme da quasi, da ging es ausschließlich um Ströme. Und wir hatten die Maschenregel, da ging es ausschließlich um Spannungen. Und jetzt muss man beide noch irgendwie in Verbindung bringen, denn in der Praxis ist es üblicherweise so, dass wenn ich eine Spannung einer Schaltung ändere, sich auch die Ströme ändern. Das heißt, die haben schon irgendwas miteinander zu tun. Dafür gibt es eben das Ohmsche Gesetz und dazu habe ich hier mal eine kleine Beispielschaltung aufgebaut. Die besteht ganz einfach aus einer Spannungsquelle und einem Widerstand. Den Widerstand habe ich R getauft, die Spannungsquelle habe ich hier mal U0 genannt, beziehungsweise genau genommen den Wert der Spannungsquelle habe ich U0 genannt und den Widerstandswert habe ich R genannt. Und wenn man sich das so anguckt, stellt man vielleicht fest, nach Maschenregel, dass Ur nichts anderes ist als U0. Das heißt, die gesamte Spannung der Spannungsquelle liegt am Widerstand an. Und wenn ich das jetzt so mache, dann fließt auch ein gewisser Strom durch diesen Widerstand. Lege ich Spannung an den Widerstand an, fließt ein Strom durch. Und dann kommt auch direkt schon das Ohmsche Gesetz. Das Ohmsche Gesetz sagt nämlich jetzt, dass das Verhältnis von Spannung zu Strom, Verhältnis heißt immer teilen oder dividieren, also das Verhältnis von Spannung am Widerstand, UR, und Strom durch den Widerstand, also UR geteilt durch IR, immer konstant ist. Und zwar immer konstant ist und einen gewissen Wert hat. Und diesen gewissen Wert nennen wir R und das ist das, was wir als Widerstandswert dann angegebenen Ohm kennen. Jetzt ist man meistens als Elektrotechniker relativ ungenau und unterscheidet an der Stelle nicht zwischen dem Widerstand als Bauteil und seinem Widerstandswert. Man sagt zum Beispiel so etwas wie, wir haben hier einen 1 Kilo Ohm Widerstand. Man müsste genau genommen sagen, ich habe hier einen Widerstand mit dem Widerstandswert 1 Kilo Ohm. Tut aber nahezu niemand. Und dementsprechend spricht man hier auch verkürzt meistens nicht von Widerstandswert, sondern nur von Widerstand. Ja, und viel mehr ist es eigentlich auch nicht. Das ist das Ohmsche Gesetz. Das sagt, das Verhältnis von Spannung und Strom an einem Widerstand ist konstant. Zur Verdeutlichung habe ich das Ganze jetzt mal in einer Simulationssoftware aufgebaut, die wir auch später nochmal detaillierter kennenlernen. Ich habe hier die Spannungsquelle U0 und ich habe hier einen Widerstand R. Der hat hier jetzt einen Wert von 10 Ohm. Wir werden gleich sehen, was der bedeutet. Und wenn wir jetzt an der Spannungsquelle drehen, das heißt die Spannung dieser Quelle variieren und dann immer die Ströme aufzeichnen, die fließen. Ich habe das hier mal gemacht für einen Bereich von 0 bis 10 Volt für die Spannungsquelle U0. Das heißt, ich variiere die zwischen 0 und 10 Volt. Dann kriege ich hier so einen Verlauf für den Strom. Das heißt, das ist eine Gerade. Ich will sagen, wenn ich 0 Volt anlege, dann bin ich hier unten, dann fließt hier auch kein Strom. Das ist, glaube ich, intuitiv logisch. Wo keine Spannung ist, da fließt auch kein Strom. Wenn ich jetzt hingehe und die Spannung weiter erhöhe, ich sage mal auf den Wert von 5 Volt, das wäre hier, dann stelle ich fest, es fließt ein Strom von 500 Milliampere. Das soll hier 500 M heißen. 500 Milliampere. Wenn ich die Spannung jetzt weiter hoch schiebe auf 10 Volt, dann fließt ein Strom von einem Ampere. Das wäre hier oben. Also dieser Punkt hier oben, 10 Volt angelegt, heißt 1 Ampere Stromfluss. Das Ohmsche Gesetz sagt ja jetzt, dass das Verhältnis von Spannung und Strom konstant ist. Und das sehen wir jetzt hier auch. Beispiel nochmal. Wir nehmen 5 Volt. Bei 5 Volt habe ich 500 Milliampere. Das heißt, hier steht 5 Volt geteilt durch 0,5 Ampere. 5 durch 0,5 sind 10. Das heißt, in diesem Punkt hier kriege ich 10 raus für das Verhältnis von Spannung und Strom. Wenn ich weiter hochgehe und jetzt mal bei den 10 Volt hier bin, dann steht hier 10 Volt geteilt durch 1 Ampere. 10 durch 1 sind 10. Ist also das Gleiche, passt auch. Und jetzt kann ich mir beliebige andere Werte nehmen. Ich kann auch hier hingehen, zum Beispiel auf die 4 Volt und stelle fest, 4 Volt, 400 Milliampere sind 0,4 Ampere. Also 4 geteilt durch 0,4 sind auch 10. Das heißt, auch in diesem Punkt kommt hier als Verhältnis immer 10 raus. Und das wird jetzt egal sein, für welchen Punkt. Und das ist auch kein Zufall, denn das ist genau die Bedeutung dessen, was wir meinen, wenn wir sagen, dieser Widerstand hat 10 Ohm. Nämlich das Verhältnis von Spannung und Strom an diesem Widerstand beträgt immer 10. Oder auch anders formuliert, die Spannung ist in Anführungszeichen immer 10 mal so groß wie der Strom. Wobei man hier aufpassen muss, weil es sind ja unterschiedliche physikalische Größen und dann das Ohm-Verhältnis zu setzen, klingt etwas komisch, macht man üblicherweise nicht. So, und jetzt sieht man auch, was Ohm für eine Bedeutung hat. Denn Ohm ist jetzt entsprechend nichts anderes als das Verhältnis von Volt zu Ampere. Ja, das kann man jetzt auch wie folgt hinschreiben und diese Klasse von Gleichungen hat dann einen Namen. Das Ohm-Zeichen, was wir benutzen, oder das Omega, was ich jetzt nochmal in halbwegs lesbar hinschreibe, so, ist nichts anderes als Volt geteilt durch Ampere. Und das hier ist die sogenannte Einheitengleichung des Ohmschen Gesetzes. Und hier ist ein hohes, hohes Verwirrungspotenzial. Das hier ist eine Gleichung, die Einheiten ins Verhältnis setzt. Links, das hier ist eine Gleichung, die physikalische Größen ins Verhältnis setzt. Das heißt, das ist nicht das Gleiche. Wenn ich sage, Ohm ist gleich Volt durch Ampere, ist das nicht das Gleiche, wie zu sagen, R ist gleich U durch I. Das eine bezieht sich auf die Einheiten, das andere auf die Größen. Und wie wir vielleicht noch wissen, besteht eine physikalische Größe immer aus einem Zahlenwert und einer Einheit. Dieser Teil hier verwirft quasi die Zahlenwerte. Sagt also eigentlich weniger. Warum macht man das? Weil es eigentlich sonst schwierig zu erklären ist, dass Folgendes passiert. Also zum Beispiel, in dem Beispiel eben hatten wir den Effekt, wenn ich 5 Volt anlege, fließt ein Strom von 0,5 Ampere. Und wenn ich das jetzt mal rein mathematisch durchrechne, dann steht hier 5 durch 0,5. 5 durch 0,5 sind 10. Was jetzt aber hier übrig bleibt, sind noch die Volt durch Ampere. Einheiten verschwinden ja nicht einfach. Die bleiben dann hier stehen. Also steht hier 10 Volt durch Ampere. Das könnte ich jetzt auch so stehen lassen. Aber, und da ist der Elektrotechniker tendenziell faul und er findet dafür immer neue Einheitenzeichen. Weil man faul ist, kürzt man dieses Volt durch Ampere eben ab und nennt das Omega bzw. Ohm. Also schreibt man das einfach anders hin und schreibt hier 10 Ohm hin. Wobei das Ohm, dieses Omega, ist einfach nur eine Abkürzung für Volt geteilt durch Ampere. Deswegen gibt es diese Einheitengleichungen, die quasi dafür da eben Einheiten miteinander verrechnen zu können. Das braucht man sehr häufig mal. Unterletzt noch ein paar Umformungen zum Ohmschen Gesetz. Denn wenn man oft in Bücher oder so guckt, findet man das Ohmsche Gesetz in dieser Form hier. Da steht dann sowas wie Ur ist gleich Widerstandswert mal Strom. Und das ist kein anderes Ohmsches Gesetz, sondern das ist schlichtweg diese Gleichung hier oben umgeformt nach Ur. Und zwar sieht man das vielleicht ganz schnell, indem man hier einfach hingeht und sagt, ich multipliziere diese Gleichung mit Ir. Dann landet das Ir hier oben und ich habe genau das da stehen. Das sind keine unterschiedlichen Gesetzmäßigkeiten, das ist einfach nur ein anderer Ausdruck dafür. Und noch kürzer findet man dann meistens noch diese Bezeichnung, die ich persönlich nie benutze oder nach Möglichkeit nicht benutze. Nämlich das hier, URI oder U ist gleich R mal I. Warum benutze ich das nicht in dieser Form? Das unterscheidet sich ja wirklich nur darin, dass ich hier Indizes benutze. Ich benutze das in dieser allgemeinen Form eigentlich deshalb nie, weil ich meistens oder fast immer in Schaltungen mehr als einen Widerstand habe. Und wenn ich mehr als einen Widerstand habe, dann ist irgendwann auch sehr schnell nicht mehr klar, von welcher Spannung rede ich hier, von welchem konkreten Widerstand rede ich hier und von welchem Strom in der Schaltung rede ich hier. Ich mache mal ein ganz schnelles Beispiel, um das mal ganz kurz zu erläutern. Also angenommen, ich habe hier irgendwie eine Spannungsquelle, ich mache es mal krakelig. Dann habe ich hier vielleicht einen Widerstand, habe hier noch einen Widerstand und vielleicht daneben noch einen. Also nur mal angenommen so eine Schaltung und jetzt hätte ich hier drei Widerstände. Wenn ich jetzt sage URI, ist an der Stelle absolut nicht mehr klar, um welche Widerstände geht es hier, um welche Ströme geht es hier und um welche Spannungen geht es hier. Und lasst euch gesagt sein, das sind die häufigsten Fehler, die hinterher bei Schaltungsanalyse und überhaupt in der Elektrotechnik passieren, dass hier alles in eine Suppe geworfen wird. Das tue ich bewusst nie. Das heißt, was ich immer mache, ist wirklich sinnvoll durchindizieren. Das heißt, ich setze hier noch kleine Zeichen an die Formelgrößen dran, um dann klar zu machen, von welchem Strom ich genau rede und von welcher Spannung. Also wenn ich hier hinschreibe U Index R, dann heißt das, das ist die Spannung am Widerstand R. Wenn ich mehrere Widerstände hätte, dann würde der Widerstand auch nicht R heißen, sondern der würde dann gegebenenfalls, ich sage mal, R1 heißen. Wenn der R1 hieße, dann hieße der Strom durch den Widerstand R1 bei mir auch IR1 und die Spannung an dem Widerstand R1 auch UR1. Und ich würde stärkstens, stärkstens empfehlen, das immer so zu handeln, denn ansonsten kommt es zu Verwirrungen. Das als kleine Abschweifung zum Thema Indizierung und warum ich ständig irgendwelche Indizes da dran schreibe, denn üblicherweise findet ihr das Ohmschulgesetz so. Und das finde ich wirklich nicht gerade gut und nicht gerade geeignet. Eine andere Form, die man noch gerne findet, ist dann diese Gleichung noch umgeformt nach IR. Das heißt, der Strom ergibt sich aus irgendwas. Und wenn man diese Gleichung jetzt nimmt hier und nochmal nach IR umformt, dann müsste man quasi hier nochmal durch R teilen. Und wenn man das dann tut, sieht man, dass sich der Strom ergibt aus der Spannung, dividiert durch den Widerstand oder den Widerstandswert, hat man ja eben gesagt. Genau genommen müsste das Widerstandswert heißen, meistens verkürzt als Widerstand. Auch das ist das Ohmsche Gesetz und das sind jetzt drei verschiedene Gleichungen, die das Ohmsche Gesetz beschreiben. Das ist aber ein und dasselbe Gesetz. Ich habe schon Leute gehört, die von drei Ohmschen Gesetzen sprechen. Das ist natürlich Quark. Es gibt nur ein Ohmschussgesetz und welche Gleichung einem liegt oder einem jetzt konkret am meisten hilft, darf man sich dann letztlich aussuchen.